Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat heute Morgen angekündigt, dass Hunderte von Schahed-Drohnen von den Russen eingesetzt wurden, in dem, was er als größten kombinierten Angriff auf das ukrainische Territorium bezeichnete. Die Schahed-Drohnen sind als Kamikaze-Drohnen bekannt und haben bisher eine bedeutende Rolle in diesem Krieg gespielt, berichtet Telegraphy. Westliche Geheimdienste sagen, dass Russland seit Herbst 2022 iranische Schahed-130-Drohnen im Krieg in der Ukraine einsetzt. Die Drohnen tragen Sprengstoffe und sind so konzipiert, dass sie über einem Ziel kreisen, bis sie zum Angriff aufgefordert werden, was sie schwer auf Radar zu erkennen macht. Die iranische Regierung behauptet, sie habe Russland vor dem Krieg mit einer geringen Anzahl von Drohnen versorgt. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben Iran jedoch beschuldigt, Russland kontinuierlich Drohnen zu senden, während die EU als Reaktion auf diese Handlung Sanktionen gegen Iran verhängt hat.